Boah, jetzt bin ich mal der, der suchen muss. Und bei mir haben wir das Lust wieder drin. Bei mir fehlt die ganze Ansage. Ich war noch nicht so weit. Verwendet den Busch? Scheiße, das war ich. Du kannst ja mal versuchen, bei mir auf die Seite zu wechseln jetzt. Das geht nicht, glaube ich. Erst ab 6. 7 waren es auch zu zweit. Ja, aber die sind nicht rausgegangen, die sind ja gewechselt, als die 6 bei uns waren. Hier ist einfach mal. Ich habe Schüsse. Das soll ich nicht sagen, aber ich rede mir ja. Nein! Oh. Oh. So, warte mal. Dominik hat Schüsse gehört. Oh. Ne, findest du nicht. Ich habe mich ein bisschen reingebackt. Jetzt hängt er die ganze Wand ab. Das heißt, der ist hier irgendwo. Thorsten, guckst du, also du musst ja bei mir zugucken. Ich guck bei dir zu, ja. Das Problem ist, da ist, äh... Na, sag ich gleich, wenn die Zeit um ist. Wo steht denn der? Ich will mich nicht umdrehen. Ja, wo ist denn der? Ganz hinter einer Nähe. Hä? Du hast nur eine bestimmte einzelne Schläge, dann ist er weg. Ach so. Äh, da war eine Kiste und ich habe mich direkt in die Kiste reingestellt. Ah. Äh, ich kann nicht mehr auswählen. Ah, jetzt. Ja, als Sucher hast du da erstmal die 25 Sekunden schwarzes Bild. Cool. Ah, völlig schlimm. Dafür darfst du suchen, ist schon mal etwas. Ja, ich werde wahrscheinlich... ...dass ich kurz nach meinen Speichern nachgucken, dann ist der Anti-Terror gegangen, ey. Äh, hallo? Ich sehe zwar auf der Karte, dass ich mich bewege. Kommt bestimmt gleich. Bild. So, ich glaube, ich stehe diesmal ein bisschen plausibler. Okay, obwohl das vorhin fies war. Ui, für die, die bei mir zuschauen. Ich nur gerade das schwarzes Bild habe. Ach so, sorry. Ich dachte, ähm, ich führe die neue Zuschauer. Ich war gerade verwirrt. Ja, Dominik, ich mache einen Livestream nebenbei. Aber wie nett ihr vorhin im Livestream einfach alle wieder... ...grüßt hat jedes Mal. Ja, Mann. Vor allem sieben Stück drauf. Thorsten, da haben wir alle die neue Zuschauer weg. Und so. Ich hab so glatt. Was ist denn das hier? Ich hab innerlich gelacht. Och, Menno. Da war ich tief verletzt danach. Hattest du doch die beide drauf. Ich glaub drei waren da, vier waren dann gegangen. Also, ich weiß jetzt nur nicht, wann das Video jetzt rauskommt, aber es wird jetzt öfters dazu kommen, dass ich auf meiner PS4 Livestreams veranstalten werde. BEEP! Ja, ich hab mich umgebracht, weil irgendwie... ... ich nur noch schwarzes Bild hatte. Da werde ich das dann wahrscheinlich gucken, ob ich ein kleines Video dazu mache oder Thorsten bescheiden sagen, ob er mir ein kleines Video dazu machen kann, weil Thorsten hat ja Ahnung davon und bla bla bla. Ah, ja, und ich bin wieder total hörde. Und... Und dann werden wir das halt eben auf meinem Thorstens, keine Ahnung, wo, Channel immer ankündigen. Ah, jetzt... Jetzt seh ich was. Also zur Zeit war es in Famous, das haben wir jetzt gestern zum ersten Mal durchgespielt. Äh, heute Morgen, gestern. Das ist ein Mülleimer. Oh, Mann, macht mir doch nicht so viel Angst. Der ist wohl ein Mülleimer. Was? So, Dominik ist auch ein Mülleimer. Und ich bin gleich tot. Mann! Bis ich diesen verkackten Mülleimer nicht kriege. Er fragt mich, wo ist der Mülleimer, dann springt ihr durch die Gegend, als ich ihn gar nicht. Jedenfalls, äh, ich habe heute in Famous durchgespielt, äh, im Livestream. Und natürlich gibt's dann auch ne böse Seite, die werde ich natürlich auch wieder im Livestream durchspielen. Und für die, die dann zuschauen werden, das ist dann auf dem Channel angekündigt. Scheiße! Nur Problem ist, da hört man dann nur mich und nicht Thorsten Jeremy, weil das eben nicht mit TS läuft. Hab ich irgendwas vergessen? Ja stimmt, Killzone und Battlefield 4 können vielleicht auch mal kommen. Das weiß ich aber noch nicht. Also über die letzten 20 Sekunden werde ich einen langen Piep legen. Diese Werbung. Wieso? Nur Werbung! Ich wollte das nur für meine Leute angekündigt haben. Boah. Schleidem geräumt ab, naja gut, rennen wir mal ein bisschen rum. Schauen wir mal ein bisschen was in der Map angucken. Ich weiß nicht, ich bin, äh, Strauch gerade eben so viel rumgepackt, ich konnte nirgendswo stehen bleiben. Schauen wir mal ein paar Dominik noch finden. NEIN! Alter, wie viel Leben hast du? Vier hatte ich nur noch. Hallo. Jetzt will ich aber schnell wechseln. Äh, Zerberwusten. NEIN! Doch! Juhui, ich bin Sucher. Ey, wir sind doch alleine. Geil. Komix, Sucher. Dann suche ich jetzt noch zweimal und dann seid ihr nochmal, und ist Thorsten nochmal dran. Dann haben wir als nächstes gewechselt. Ja. Ja. Würde ich auch sagen, das ist die beste Möglichkeit. Dann mach ich nämlich jetzt auch nochmal zweimal suchen, dann geht das. Dann Thorsten zweimal. Wieso steht mit mir Select im Model? So. Äh, natürlich Problem ist, die Map kenne ich nicht, die davor kannte ich ja schon. Ich weiß nicht, was jetzt hierhin gehört und was nicht. Ich würde sowieso sagen, zweimal du noch, und dann zweimal Thorsten und dann folgen Ende. Hm, hatten wir wenigstens auch schon mal Hunter dran. Ja. Ah, wo bleibst du? Ich warte. Nein! Da hab ich mich vorhin auch versteckt. Das kann ich mich auch daran erinnern. Nein! Da stand ich vorhin auch als du Black Screen hattest. Ach so. Auch oben drauf. Nee, aber da dran. Deswegen weiß ich, dass da nur zwei standen. Nein! Oh, danke. Problem ist, ich hab mir auch noch nicht ganz genug angehookert, als was man sich alles verstecken kann. Alter, Dominik hat einfach 200 RP. Gito. Was lachst du? Ich lach gar nicht. Oh. Ich warte hier. Vielleicht bin ich schon zweimal an dir vorbeigerannt. Äh? Nö. Ich fliege gerade mal. Ups. Äh? Ich sollte weniger Minecraft spielen. Warum? Wenn mit Leertaste will ich immer hochfliegen, aber so war ich hier mit der Maus. Nicht ganz richtig. Wie viele Sekunden hab ich denn noch? Ich hab hier keine Sekundenanzahl. Äh, 21. Doch hast du. Ähm, unten. In der Mitte. Ah. Äh, wo ist denn der? Den findest du nicht. Thorsten, sag mir mal ganz kurz, wo du bist. Ich find dich ja eh nicht mehr. Die Zeit ist ja umgott abgelaufen. Nö. Oh man, ich will mal nicht ein Video sehen. Lass du auf meinen Kanal kommen. Sag mal kurz, wo warst du denn? In einer kleinen Hütte. Ich kann mal denken, ob ich da war oder nicht. Nö. Ich hab dich nicht gesehen. Okay. Hast du schonmal weniger, als was du dich verstecken kannst? Mhm. Nur noch 8 Sachen, glaub ich, oder 7. 7. Naja, das muss auch in die Umgebung ein bisschen passen, ne? Ja. Ich glaube, wer sich hier als Computer schreibtisch versteckt. Hm. Machst du doch auch. Mach doch jeder, hallo? Ah. Ne, doch nicht. Glück gehabt. Ah. Was haben wir hier noch? Ach, ich hab's falsch ausgewählt. Hm. Hm. So, mein Adler-Augen geht, geht jetzt nix. Na, den zeig ich mal. Komm mal. Das Problem ist, ich bin gleich tot. Gut. Nehmen so viele Büsche, ich weiß nicht welcher welcher ist. Ah. So, was haben wir hier noch? Nee, 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 nee. Nee. Also, irgendwie war's lustiger, als wir alle gespielt haben. Weil da waren mehr Action drin. Ja, irgendwie schon. Ja, aber da waren wir auch mehr auf dem Server. Wir sind jetzt nur 4-3 auf dem Server. Äh, ich find euch nicht. Wacht ihr denn, ihr zu dreckig? Mein Tipp. Also, ich konnte dich grad eben sehen. Ich nicht. Oh. Oh, ich, weißt du was, ich renne rum. Ey, 20 Sekunden. Beziehungsweise, ich renne nicht, ich backe durch den Boden. Ach, danke. Weil noch schwieriger. Ich glaube, Thorsten weiß, was ich bin. Und ich hab dich eben gesehen. Terroristen, gewinnen. Nee, ich war hinter dir. Okay, dann mal los. Seht ich gar nicht. Man hat dich nicht gesehen, die hab ich die ganze Zeit umgedreht. War die Kiste. Ah, scheiße, warte mal. Terroristen, so. Thorsten muss mal wechseln. Okay. Juhu. So. Ich seh nix. Wo kommt das wohl? Ah, ne, das hast du ja eben verraten. Was denn? Ach so, ja. Hier bin ich total sichtbar, aber egal. Ist gut so. Hoffe ich mal. Ich wollte grad sagen, was warst du nochmal, aber... Was bist du denn? Sag mir mal, was du bist. Ich bin eine Kiste. Und backe wieder an der anderen Kiste rum. Welche Kiste war denn das? Ich bin ein Mülleimer. Ich bin ein Mülleimer. Wie du bist ein Mülleimer. Ich bin ein Mülleimer. Wie du bist ein Mülleimer. Deine Mutti ist ein Mülleimer. Du Arschloch. Du Arschloch. Hehehehe. Bist. Geh da nicht drauf. Ich hab mir nicht gestohrt. Ich hatte die Hoffnung, dass Thorsten die Überzeugung auf mich geschossen hat, dass er denkt, dass es ja normal ist. Sag mir im Ernst, du hast doch gedacht, dass es normal ist, oder? Was? Ne. Was warst du denn jetzt? Ich war ein Mülleimer. Die Sache war nur, der hat mir dann gesagt, dass er einen Feind gesichtet hatte, als ich dich angeschossen hab. Ja. Das ist doch scheiße. Jeremy läuft doch nicht mal rum. Ja, sorry, aber ich will meine Zuschauer unterhalten. Wo ist denn der? Der rennt da hinten die ganze Zeit bei den Containern rum. Jetzt bin ich im Haus. Die ganze Zeit der kleine Mülleimer, musst du Augen aufhalten. Ja, in dem Haus ist er dran. Da hinten rechts raus ist er gerade. Na da. Und die Treppe hoch. Jetzt wollen wir mich verarschen oder was? Ne. Genau, weiter, weiter, weiter. Und jetzt ist er runter und dann da runterspringen. Ja, ja. Ich auch. Was denn? Ich auch. Nein, nein, nein! Jetzt! Nein! Aschloch! Du bist das. Ich hab dich gut geführt. Pürer. Ohja… Ah ja… Ich back grad die ganze Zeit rum. Also der Busch ist… erbacken. Ah du Held… Was denn? Nur weil der Busch die ganze Zeit auf Wacken ist? Hast du verraten, was du bist? Nuh. Vielleicht hab ich das ja nur gesagt, damit Thorsten denkt, dass ich der Busch wäre. Magic of Unlog... Unlogigkeit. Nuh. Ja, ja. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Bin draußen. Ich bin auch draußen, Thorsten, was soll ich machen? Oh. Ach, weißt du was? Verhalten wir alle wenig mehr in der Zuschauer her. Sagt man sich behe, wer nicht rumbackert, sonst hat das doch nicht funktioniert. So, was heißt denn, Jeremy, du rennst grad? Achso. Wo bist du? Ich dreh mich die ganze Zeit. Thorsten ist schon zweimal mir vorbeigeratet, aber sonst... Trotzdem dreh ich mich die ganze Zeit. Okay, wenn ich ne Tonne bin, sieht man das auch schlecht, aber trotzdem. Oh, ich hab was gehört schon wieder. Oh, Thorsten kommt schon wieder vorbei. Hey Thorsten. Hä? Fast so geil wie Minecraft Blockhunt aus. Davon ist das ja. Es kommt ja alles vom Prop solved. Ich spring gar nicht, ich backe. Du hast gebackt. Aber du bist drei mit mir vorbeigerannt. Oder zwei mal. Was ist denn Jeremy? Ach der ist auch ne Tonne, voll der Nachmacher. Aber ich sag mal so, Busch in der Hütte, das kommt ein bisschen auffällig. Komm, eine Sekunde. Schallspiel, ich mach nicht mehr mit. Wollen wir noch eine machen? Wir haben sowieso Folgenende. Ich will noch eine machen. Komm. Was ist das denn? Ich bin wahrscheinlich ganz schnell tot. Wahrscheinlich auch. Okay, dann mal los. Müsst der M will schon Widerfärbung für sich haben. Ja. Aber ich kann mich jetzt auch umgestört drehen. Ich glaub, das sieht man nicht. Naja, anhalten wir mal. Gucken, ob der Thorsten uns kriegt diesmal. Anderthalb Minuten und dann aber auf. Oder? Naja. Naja. Wird auch schon wieder halb 10. Fast. Ich bin eben an Thorsten vorbeigerannt. Pfff. Er hat mich nicht gesehen. Sucht Thorsten überhaupt? Keine Ahnung, ob der sucht. Thorsten? Ja. Bist du voll konzentriert? Ja. Bist du voll konzentriert? Eine Minute hast du noch. Ab 20 Sekunden renne ich wieder rum. Ich auch. Oh. Thorsten hat sich selbst ausgeschaltet. Dabei fand ich mein Versteck diesmal total überzeugend. Ich auch. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.